Hoch oben am Fuße des Shinra-Gebäudes kehren wir nun zurück in die Geschichte von Claude Strife und seinem tapferen Recken, meine liebsten Leute. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zur nächsten Folge, Folge 49 von Folge 47, dem Remake, wo Claude erstmal hier gegen das Rohr läuft. Und ja, es mag zwar komisch klingen, aber das, was ich hier gerade sage, habe ich nicht gesagt, als ich diese Folge aufgezeichnet habe. Warum nur, fragt ihr euch, was ist passiert? Was ist geschehen? Mein Audio-Offener-Programm, sprich Orde City, ist leider Gottes abgestürzt, sodass meine Stimme putsch war. Ja, gut, da habe ich mir gedacht, bevor ich das komplett stumm starrte, sage ich wenigstens zu Anfang und zu Ende ein bisschen was, damit ihr euch nicht wundert, was er mit Grandolos ist. Hat er einen Pakt mit der fiesen Meereshexe eingegangen? Hat er für Beine gekriegt, aber seine Stimme verloren? Nein, leider nicht. Ich hätte, ich hätte ja fast gerne, aber es ist fast noch trauriger. Wie gesagt, die Sound-Aufnahme ist futsch, ich habe alles dran gesetzt, sie irgendwie wieder herzustellen, aber nein. Chancenlos! Genau, ja. Ich fühle mich nicht geehrt deshalb, das war mir ganz traurig. Ähm, ich habe lange überlegt, was mache ich, was mache ich, was tue ich, nehme ich nochmal alles auf? Nee, kann ich auch nicht machen. Synchronisiere ich jetzt alles nochmal nach? Das ist zu unauthentisch. Deshalb dachte ich mir, nee, komm, wisst ihr, was wir machen? Ich lasse jetzt tatsächlich das einfach laufen. Ich lasse es laufen, 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 laufen. Ihr werdet also, äh, all das jetzt hier gleich stumm weiter, äh, beobachten können. Dann seht ihr wenigstens, wie ich gespielt habe. Aber wie gesagt, ich werde dann mal die Schnute halten. Zwangsläufig. Ähm, seht mir das bitte nach und, äh, ja. Das wird, äh, natürlich in Zukunft nicht mehr vorkommen. Bis auf in den nächsten folgenden zwei Folgen, wo ja auch der Sound fehlt, weil ich die in einem Stück aufgenommen habe. Aber da werde ich mich auf jeden Fall nochmal zu Wort melden. So, jetzt wünsche ich euch jedenfalls sehr viel Spaß mit dieser Folge. Wir gehen hier gerade runter und, äh, streben ganz zielstrebig zum, äh, hier, diesem, zum, kann ich hier, Autoparkplatz, hier, diesem, diesem, diesem Parkhaus, zum Parkhaus, genau, da wollen wir hin. Wir wollen zum Parkhaus. Da gehen wir jetzt hin und dann wird's ganz spannend. Ich sag euch, das wird ganz spannend. Das ist eine ganz tolle Folge. Also dann, ich melde mich ganz zuletzt nochmal wieder und, äh, bis dahin, genießt die Folge. Bis gleich. Das ist eine ganz tolle Folge. Das ist eine ganz tolle Folge. Das ist eine ganz tolle Folge. Das war's für heute, oder? Ich bin auf dem Weg. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für mich. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich nicht verabschied habe. Das war's für mich. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. 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 Das war's für heute. 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 So viel Spaß hier. Es war's für heute. Ich war's für heute. Ich weiß nicht, so weiß ich. Das war's für heute. Wir gehen zurück. da bin ich schon wieder. Das war's mit dieser Folge. Jetzt als kleines Outro wollte ich nochmal sagen, danke für eure Aufmerksamkeit, trotz fehlender Vokalkorde meinerseits. Das war's. Ihr könnt jetzt nochmal liken, kommentieren und in den totalen Medien nachgucken und das nächste Mal wieder einschalten, wenn es stumm weitergeht, hier bei Final Fantasy 7, dem Remake. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.